Berlin, Tag und Nacht, Vorschau, Folge 2887, Mittwoch, 22. Februar 2023 Franzi will Katja und Schmitti unbedingt Auseinander bringen. Daraus wird aber nichts. Franzi schlägt morgens unangemeldet auf dem Hausboot auf. Als sie dort auf Schmitti und Katja in einer sehr vertrauten Situation trifft, wird ihr erneut klar, dass sie ernsthafte Gefühle für Schmitti hat. Fest entschlossen, Schmittis anstehendes Sexdate mit Katja zu verhindern, greift Franzi in die Trickkiste und manipuliert im Crash Café einige Geräte, um Schmitti aufzuhalten. Doch als dies nicht funktioniert und Emmi sie irritiert zur Rede stellt, muss Franzi ehrlich zugeben, dass sie in Schmitti verknallt ist. Emmi bestärkt sie darin, um ihn zu kämpfen. Nun will Franzi ihren ganzen Mut zusammennehmen und ihr Glück versuchen. Doch als sie am Hausboot auf Schmitti und Katja trifft, muss sie sich schweren Herzens eingestehen, dass sie zu spät kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017